Hallo zusammen, ganz kurz. Ein Vektor, um Pflanzen und Algen genetisch zu manipulieren, ist das Acrobacterium Tumephaciens. Es gibt noch andere Methoden, aber das ist eine sehr, sehr häufig verbreitete Methode, um Pflanzen zu transformieren. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Dieser trägt Antiplasmid, das ist jetzt natürlich nicht hundertprozentig korrekt dargestellt, aber ein Teil dieses T-Plasmides wird dann in die Pflanze eingeschleust und diese kriegt unter natürlichen Bedingungen dann eben eine Art Tumor daher. Da kommt auch im Prinzip dieses Tumephaciens vom Bord her und da dieses T-Plasmid kann man eben dann mit den gewünschten Genen bestücken, die dann auch in die Pflanze eingebaut werden soll, wenn man das jetzt zur Transformation einsetzen möchte. Das war es auch schon zu diesem Thema.